Mach dich von allem frei, Neo. Angst, Zweifel, Misstrauen. Du musst deinen Geist befreien. Im innersten Kern all dieser Geheimgesellschaften ist die Kabbalah. Es ist eine Methode, um Informationen durch ein System von Mathematik und Zahlen zu kodieren. Die Mitglieder dieser Geheimgesellschaften haben sich nie getraut, in egal welcher Sprache auch immer, das aufzuschreiben, was sie bewacht haben, denn es könnte gestohlen werden und das Geheimnis wäre enthüllt. Also haben sie dieses Geheimwissen genommen und es okkult gemacht, durch ein Verschlüsselungssystem. Eine davon ist Mathematik, Zahlen. Ein anderer ist Architektur. Hat sich niemand gewundert, warum sie eine Organisation wie die Freimaurer haben? Sind das nicht die Leute, die Mauern bauen? Du kannst dir sicher sein, dass sie das tun. Jede Mauer, die sie bauen, enthält die Geheimnisse und bewahrt sie über die Zeitalter. Und sie ist verschlüsselt in der Architektur, den Maßen der Gebäude und in den mathematischen Formeln, um die Form und Geometrie zu berechnen. Die Längen, Höhen, Breiten, Tiefen und die Räume darin. Es ist alles daran verschlüsselt. 13 Ebenen, 2 Säulen und ein Tor. 8 Säulen formen ein Oktagon. Ein Strudel, das zum alles sehenden Auge führt. 13 Schritte. Lovre-Pyramide aus 666 Glasscheiben gebaut. Konzentrierung eines Wirbelpunkts. Die Achteck-Pyramiden. Das karierte Design. In der Zeit kam ein junger Mann in Wien in Berührung mit all diesen Geheimlehren. Adolf Hitler. Er befasste sich mit allen Büchern und Schriften, die sich mit diesen Dingen beschäftigen. Für Hitler entfaltete sich die Vision, dass die Welt für ein neues Zeitalter neu erschaffen werden müsse. Damit waren die Weichen für den Weg gelegt, den Hitler beschreiten sollte. Hier trafen sich im Wiener Café Schopenhauer vier Männer und eine Frau. Die junge Maria Ortisch, ein spirituelles Medium aus Zagreb. Der Student und Jagdflieger Lothar Weitz. Der Okkultist, Japanologe und Offizier Karl Haushofer, der gerade aus dem Orient angereiste Okkultist Rudolf von Sebottendorf, sowie Prälat Gernot von der Erbengemeinschaft der Tempelritter. Ihr Thema war das neue Zeitalter. Sie sprachen über geheime Offenbarungstexte, über die heilige Lanze, den magischen schwarz-violetten Stein. Und sie sprachen über transmediale Kontakte zu den babylonischen und germanischen Gottheiten, Ishtar, Ostara und Isais. Über Möglichkeiten mit fernen Welten im Jenseits, wie auch im Diesseits, in Verbindung zu treten. Wahrscheinlich war dieses Kaffeehaustreffen die wahre Geburtsstunde der geheimen Thule-Gesellschaft, aus der später die NSDAP, die SS-Schwarze Sonne und die Vril-Gesellschaft hervorgingen, die das okkulte Dritte Reich und die neue ganzheitliche Technologie einleiteten. Und der Anfang der deutschen UFOs. Die magischen Informationen der Kabbala kamen ursprünglich aus dem antiken Babylonien und aus Ägypten zur Zeit der Pharaonen. Erreichte Europa aber in gedruckter Form nicht vor dem 11. und 12. Jahrhundert. Es gab eine Zeit, da wurde Mystizismus, Religion, Alchemie, Astronomie und Astrologie als eine einzige kabbalistisch basierende Tradition studiert. Die kabbalistischen Aufzeichnungen von Isaac dem Blinden fielen in die Hände von neun französischen Adligen. Diese Adligen wurden bekannt als die Tempelritter. Die größten kabbalistischen Geheimnisse von ritueller Sodomie, wie das bösartige Auge, singende Beschwörungen, Totenbeschwörungen, Blutopfer und die Anrufung der gefallenen Engel, um damit Lucifer zu dienen, faszinierten die französischen Tempelritter. Sie fanden heraus, dass die Kabbala ursprünglich aus Palästina kamen. Als sie realisierten, dass die Kabbala der Schlüssel war zu unglaublicher, spiritueller, magischer Macht, planten sie sofort einen blutigen Kreuzzug nach Palästina, um nach mehr kabbalistischen und magischen Artefakten zu suchen. Die Geheimbücher der Kabbala sind nur einige tausend Wörter lang, aber enthalten komplexe Beschreibungen der Erde, Paralleluniversen und atomare Natur von Materie. Ideen, die neuen Lehren zwischen modernen Physikern und Astronomen wurden. Wie kam so komplexe Information in einer Gruppe von antiken Texten, die nicht viel größer als eine normale Zeitschrift waren? Die Antwort, die Kabbala wurde in Code geschrieben. Die höheren Geheimnisse, so wie zum Beispiel, wie man jemanden töten kann, mit nur einem Blick wird das Evil Eye genannt. Gründer und Erfinder der neuen Kultreligion Scientology, Ron Hubbard, vorhergehend eingeweiht von Alistair Crawleys OTO, schieb Hubbard einen sogenannten geheimen Text, Dianetics, welcher nun eine davon inspirierte Anhängerschaft hat, wie zum Beispiel Millionäre in Hollywood. Die Kabbala Trainingsschule hat immer mehr Neuzugänge an Menschen mit Interesse an diesen alten jüdischen magischen Schriften. Die meisten wurden inspiriert von Personen wie zum Beispiel Britney Spears oder Madonna. Jahrtausende altes Geheimwissen bildete die Grundlage von der die Okkultisten des Dritten Reiches ausgingen. Das Zeichen der schwarzen Sonne finden wir bereits in babylonischen und assyrischen Tempeln. Auch Phönizia und Karthaga kannten das Symbol und den dahinter stehenden Glaubensgedanken. Im babylonisch-assyrischen Kulturraum wurde die schwarze Sonne, das innere Licht Gottes, oft in Form eines Kreuzes dargestellt. Assyrische Könige trugen dem deutschen Ritterkreuz ganz und gar gleiche Zeichen. Der Ursprung dieses Kreuzes ist also um Jahrtausende älter als das Christentum. Es ist eine Reise in die Zeit zurück, um die Geheimnisse aus der Vergangenheit auszugraben. Diese alten Geheimnisse wurden von der herrschenden Gruppe unter dem Wandersand Ägypten versteckt, für mehr als 4000 Jahre. Die alten Ägypter machten detaillierte Aufzeichnungen über ihre kulturelle Geschichte in ihren Tempeln. Wundert ihr euch nicht, warum jedes Detail über das Leben der alten Ägyptern aufgezeichnet war und nichts über ihr Meisterwerk, die Pyramiden, gefunden wurde? Und warum wurde darüber nichts erwähnt, wie die Pyramiden gebaut wurden? Weil dieses alte Rätsel oder Geheimnis ein großes Stück des Puzzles ist. Das folgende ist ein Beweis für ihr pharaonisches System. Nummer 1, was macht der Stein Jakobs, ein hebräischer Patriarch, unter dem Thronsitz der Königin? Nummer 2, warum war der Thron der Königin während der Krönungszeremonie auf einer symbolischen ägyptischen Stufenpyramide gestellt? Nummer 3, die Krone ihrer Majestät hat zwölf Steine am Sockel. Jeder repräsentiert die zwölf hebräischen Stämme. Die zwölf Steine der zwölf Stämme wurden auch auf einer Brusttafel von einem hebräischen Priester in Kenia getragen. Nummer 4, die britische Flagge Union Jack repräsentiert die Wiedervereinigung des Vereinigten Königreiches der zwölf Stämme Jakobs, oder? Jackab. Der Union Jack ist weiß, rot und blau, dieselben Farben, die bei den drei Kronen von Ägypten. Nummer 5, das königliche Zepter stammte aus Altägypten und wurde von König Amen und die anderen Pharaonen getragen, die sich die Söhne Gottes nannten. Das königliche Zepter wird jetzt von der Pharaonen-Abkömmlingen Königin Elisabeth getragen. Ihr Zepter enthält den weltgrößten geschliffenen Diamanten, genannt den Star von Afrika. Nummer 6, die Strafpeitsche der Königin ist teilweise unter ihrem Arm versteckt. Diese Peitsche stammt auch von den Pharaonen Altägyptens ab. Nummer 7, das Symbol der Biene kann im königlichen Kleid gefunden werden. In Altägypten waren die Bienen das königliche Symbol, sowie auch von Ägypten. Nummer 8, die Symbole auf dem britischen Court of Arms offenbaren die hebräische Herkunft Britanniens. Nummer 9, das Haarkleid, das von den Richtern und den hochrangigen Beamten der Königin getragen wird, stammte auch aus Altägypten ab. Nummer 10, der Kilt, wie der von Prinz Charles getragen wird, stammte auch aus Altägypten und wurde von den Pharaonen getragen. Inzest wurde von den antiken Königshäusern praktiziert. Mütter heirateten Söhne und Brüder heirateten Schwestern, um die Macht und das Geld innerhalb der Familie zu behalten. Wie ihre pharaonischen Vorfahren, so hat auch die britische Monarchie eine lange Geschichte der inzestuiösen Inzucht. Weißt du, was mit den Pharaonen passiert ist? Sie waren die globale Macht und beherrschten die Welt von Ägypten aus. Aber was war danach? Sind sie einfach verschwunden? Sie zogen von Ägypten nach Europa. Diese Blutlinie hat sich dort niedergelassen und ihre globale Herrschaft dort durch das Heilige Römische Reich erreicht. Die gleiche Familie fing dann an, sich um Europa zu verteilen, aber wenn es um die Heirat ging, blieben sie immer in der Familie. Der Grund, wieso Mitglieder eines Königtums nur andere Mitglieder von Königtum und heiraten, ist, um diese üble Blutlinie zu erhalten. Diese Blutlinie hat dann ihre globale Herrschaft in Großbritannien errichtet. Windsor ist nicht der echte Name der herrschenden Familie von Großbritannien. Dieser Name ist kürzlich hinzugefügt worden, um ihre wahre Abstammung und Blutlinie zu verbergen. Für Jahrhunderte von Britannien aus herrschend versicherte diese Blutlinie, das Meister aus der Neuen Welt rauszuholen. Und langsam aber sicher errichteten sie ihre globale Herrschaft in Washington DC. Eine Familie, eine Blutlinie, eine Herrschaft. Manchmal ist die Wahrheit schräger als die Fiktion. Ein Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt, findet sich tatsächlich eine Blutverwandtschaft. Er ist das Präsidenten 9. Großkosan. Cheneys Cousin Barack Obama ist auch Bush, sein Elfter Cousin. Lincoln war Bush, siebter Cousin, fünffach entfernt. Und Bush hat mehr als nur einen Wahlgang mit John Kerry gemeinsam geführt. Das ist richtig, sie sind nämlich neunte, zweifach Cousins. Verfolgt man den Stammbaum weiter, dann findet man Badonna, Celine Dion und Tom Hanks. Christine, hast du gehört, dass Politiker ein merkwürdiges Gespann bilden? Offensichtlich machen sich Politiker auch für seltsame Verwandtschaften schuldig. Dank der Neuen England Historische Genealogische Gesellschaft wissen wir, dass die Präsidentschaftskandidaten mit einer Menge von berühmten und historischen Figuren Verwandte widmet in die Premiere-Kampagne. Ich war gegen diesen Krieg. Aber wussten Sie, dass sie Familienangehörige sind? Obama ist entfernt mit sechs Präsidenten verwandt. George W. und George H. W. Bush, Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry S. Truman und James Madison. Obamas Familienstammbaum beinhaltet auch Winston Churchill und General Robert Lee. Er ist auch verwandt mit Jack Kyrieg und die Frau von Prinz Charles von England. John McCains Ahnen waren schwerer zu erforschen, aber es ist bekannt, dass er der sechste Cousin von Laura Bush ist. Meine Freunde, diese Blutlinie sind einzigartig und sie nehmen Genetik sehr ernst. Das ist die satanische pharaonische Blutlinie, das die Welt durch die Geschichte hinweg beherrscht hat. Du nennst sie die Elite. Feuer des Schicksalsberges schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. In diesen Ring floss seine Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Eine Blutlinie, um über sie alle zu herrschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die römische Armee braucht dich Ich will dich für die US-Armee Weißt du, wer zusammen mit den zionistischen Bankiersfamilien Hitler unterstützt hat? Weißt du, wer der Autor des modernen Satanismus ist? Sein Spitzname ist der meist übelste Mensch des Jahrhunderts Aber weißt du, wen Alistair gezeugt hat? I sold my soul to the devil But the devil came back for more Selling my soul for material wishes Fast-causing business Los Feldern Los Feldern Los Feldern Los Feldern Untertitelung des ZDF, 2020